Wir sind hier im Haus der Freien Technischen Verbindung Hohenstaufen zu Aalen. Wir sind eine klassische Studentenverbindung. Hier leben sieben Studenten. Das sind alle Zimmer, die wir haben. Die sind derzeit voll übersetzt. Hier leben ausschließlich Männer. Das Haus hat sieben Zimmer, in denen Studenten wohnen können und zwei Küchen, drei Bäder und insgesamt vom Keller bis zum zweiten Obergeschoss vier Etagen. Das Wohnzimmer steht in der Regel jedem frei zu nutzen. Wir sitzen oft abends mit der WG zusammen hier unten und schauen auf unsere Leinwand einen Film an oder unterhalten uns einfach nur spielen Karten. Aber hier finden natürlich auch ab und an ca. zweimal im Monat unsere Veranstaltungen der Verbindung statt. Hier sind keine schlagende Verbindung. Das ist richtig. Die Schläger sind ein Überbleibsel aus der Zeit, als die Studenten, die noch am Körper getragen haben, um sich zu verteidigen und werden nur noch aus Traditionszwecken an Veranstaltungen werden verwendet, um eben, wie vergleichbar mit einem Richterhammer, um eben für Wohl zu sorgen. Die Kellerbar wird gut genutzt. Wir haben am Anfang jedes Semesters immer eine Ersti-Party, wo wir alle Erstsemester Studenten der Hochschule Ahlen einladen und die kommen dann und es sind regelmäßig über 150 Studenten hier auf dem Haus. Und davon ab wird die Kellerbar selten genutzt. Für die WG reicht der Platz im Wohnzimmer eigentlich vollkommen aus. Nur wenn es dann abends mal etwas lauter wird, dann verlagern wir es nach unten und die schlafen dann nicht zu stören. Also das Haus ist Baujahr 1956. Wir haben das Haus jetzt seit mittlerweile zwölf Jahren, haben das in Eigenregie renoviert, komplett kernsaniert und eben für unsere Zwecke nutzbar gemacht. Ein Student kann für die Dauer des kompletten Studiengangs hier wohnen und ist aber eben Voraussetzung, dass er immatrikulierter Student an der Hochschule Ahlen ist. Die Zimmer kosten unterschiedlich je nach Größe. Wir haben von ca. zwölf Quadratmetern, das sind die kleinsten Zimmer, bis hin zu 18 Quadratmetern und das Zimmer mit zwölf Quadratmetern kostet aktuell 280 Euro warm und die größeren Zimmer sind zum größten 370 Euro warm. Die Mitgliedschaft in der Studentenverbindung kostet für aktive Mitglieder nichts. Das ist das Prinzip eines Generationenvertrages. Die Aktiven haben Zeit und Energie und organisieren die Veranstaltungen, organisieren das Leben auf dem Haus und werden dadurch finanziell von den älteren Mitgliedern der Verbindung mit den sogenannten alten Herren unterstützt, die eben vielleicht nicht mehr die Zeit und die Energie dafür aber die nötigen finanziellen Mittel haben, um die Studenten zu unterstützen. Wenn man dann nach seinem Studium berufstätig ist, wechselt man in diesen Status eines alten Herrn und dann zahlt man eben auch Mitgliedsbeiträge, um so der nächsten Generation das gleiche Leben hier, das zweite Verbindungsleben zu ermöglichen, wie man selbst hatte. Das Haus ist tatsächlich sehr sauber. Ja, es wird sauber gehalten von uns, von den Mitbewohnern hier und wir haben da auch einen relativ strikten Putzplan. Es gibt tägliche Dienste, die Küche beispielsweise, wenn täglich sechs Mitbewohner hier kochen, wird die sehr schnell dreckig und wöchentliche Putzdienste sowie Monatsputzdienste, die dann immer etwas größer sind und so wird das alles regelmäßig von jedem Studenten ein verantwortlich mit sauber gehalten. Ich studiere jetzt aktuell im siebten Semester, bin im zweiten Semester hier eingezogen und wohne Sommerzeit. Zeit für uns. Danke. Auf den Haus.